Aber, aber warum? Wir leben noch seit Jahren in Frieden mit Ihnen. Keine Ahnung. Los, Hausentdeckung! Was scheint für Sie im Haus? Habt Ihr genügend was für eine Punition? Ich fürchte nicht. Gut, lasst Sie herangehen. Geschossen wird erst auf mein Kommando. Wir werden unsere Haute so teuer wie möglich verkaufen. Wir werden unsere Haute so teuer. Wir werden unsere Haute so teuer. Jassini Beuzin von den Apachen und Zicken. Sie mögen sich ergeben.